Mittwoch, 7. November, 19.40 Uhr Der Mörderclub trifft sich mittlerweile regelmäßig. Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn wir uns langsam mal einen neuen Namen zulegen würden. Diesmal halten wir unsere konspirative Sitzung in einem Café im Zentrum von San Diego ab, wo wir kaum alle an den Tisch passen, weil unsere Truppe Zuwachs bekommen hat. Ich habe Chris mitgebracht und Eddie ihre Schwester Ashton. Bronwyn hat verschiedene Faltmappen vor sich ausgebreitet, auf denen die Post-Its aus ihrem Zimmer kleben. Zusätzlich gibt es einen neuen Zettel. Simon hat zwei Schüler bezahlt, um auf dem Schulparkplatz einen Unfall zu inszenieren. Dieser Sam Barron hat sich bereit erklärt, Eli von Until Proven anzurufen und ihm von der Sache zu erzählen. Allerdings weiß ich nicht, was das bringen soll. Warum wolltest du dich eigentlich unbedingt hier mit uns treffen, Bronwyn? fragt Eddie. Das Café liegt nicht gerade um die Ecke. Bronwyn räuspert sich und sortiert übertrieben geschäftig ihre Post-Its. Kein besonderer Grund. Also, sie schaut mit ernstem Blick in die Runde. Danke, dass ihr gekommen seid. Maeve und ich sind immer wieder alles durchgegangen, kommen aber jedes Mal zum selben Schluss. Das alles ergibt einfach keinen Sinn. Deswegen dachten wir, es würde vielleicht helfen, wenn wir zusammen darüber nachdenken. Maeve und Ashton kommen mit unseren Bestellungen von der Theke zurück. Als jeder sein Getränk vor sich stehen hat, beobachte ich, wie Chris nacheinander fünf Zuckertütchen aufreißt und in seinen Latte schüttet. Was? fragt er, als er meinen Blick bemerkt. Er trägt ein grünes Poloshirt, das seine Augen zum Leuchten bringt und sieht einfach umwerfend aus. Ich habe nur immer noch das Gefühl, dass mir das eigentlich gar nicht auffallen dürfte. Du trinkst deinen Kaffee gern süß, was? Gott, was für eine bescheuerte Bemerkung. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich hatte keine Ahnung, wie du dein Kaffee trinkst, weil wir noch nie zusammen in einem Kaffee waren. Chris zieht eine kleine Grimasse, die jeden anderen Menschen entstellen würde, nur ihn nicht. Ich rutsche nervös auf meinem Stuhl herum und stoße unterm Tisch aus Versehen mit meinem Knie an seines. Jeder hat eben seinen eigenen Geschmack, meint Eddie und prostet Chris mit ihrer Tasse zu. Die Flüssigkeit darin ist so milchig, dass sie kaum noch an Kaffee erinnert. Chris und ich haben uns mittlerweile wieder ein paar Mal bei ihm zu Hause getroffen, aber es fühlt sich immer noch nicht normal an. Entweder habe ich mich an die Heimlichtuerei gewöhnt oder ich komme einfach selbst noch nicht mit der Tatsache klar, dass ich mit einem Typen zusammen bin. Als wir vorhin vom Wagen zum Kaffee gelaufen sind, habe ich mich dabei ertappt, wie ich Abstand zu ihm gehalten habe, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand erkennt, dass wir ein Paar sind. Ich hasse mich selbst dafür. Aber so ist es nun mal. Bronwyn schiebt ihren dampfenden Becher Tee zur Seite und lehnt eine ihrer Mappen an die Wand an der hinteren Seite des Tisches. Okay, das sind die Fakten, die wir über Simon haben. Er kannte Geheimnisse von uns, die er im Netz verbreiten wollte. Er hat zwei Schüler bezahlt, die einen Autounfall inszenieren sollten. Er war unglücklich. Er hat auf Fortune ziemlich üble Kommentare gepostet. Er und Janay hatten anscheinend zum Schluss nicht mehr so ein gutes Verhältnis. Er stand auf Kili. Er war früher mit Jake befreundet. Habe ich irgendwas vergessen? Er hat den Eintrag auf About That, in dem es um mich ging, gelöscht und stattdessen etwas anderes verbreitet, sage ich. Das wissen wir nicht, entgegnet Bronwyn. Dein Eintrag wurde zwar gelöscht, aber das heißt nicht, dass Simon ihn gelöscht hat. Damit hat sie allerdings recht. Jetzt zu den Fakten über Jake. Bronwyn stellt einen zweiten Ordner an die Wand. Er hat mindestens einen Tumblr-Post geschrieben oder jemand anderem geholfen, ihn zu schreiben. Laut Lewis ist er auf dem Footballfeld gewesen, als Simon starb. Er ist ein totaler Kontrollfreak, unterbricht Ashton sie. Eddie öffnet protestierend den Mund, aber ihre Schwester lässt sie nicht zu Wort kommen. Das ist er, Eddie. Er hat drei Jahre lang über jeden Bereich in deinem Leben bestimmt. Und kaum leistest du dir einen Fehltritt, jagt er dich zur Hölle. Bronwyn wirft Eddie einen entschuldigenden Blick zu und kritzelt. Jake ist ein Kontrollfreak auf ein Post-it. Das ist erstmal nur ein Punkt auf der Liste, sagt Bronwyn. Also mal angenommen, sie wird plötzlich feuerrot, als sie zur Tür schaut, durch die gerade jemand ins Café gekommen ist. Na sowas, murmelt sie. Das ist ja ein Zufall. Ich folge ihrem Blick und sehe einen jungen Typen mit wildem Lockenschopf und Ziegenbart. Irgendwo habe ich ihn schon mal gesehen, aber ich kann ihn nicht einordnen. Als er Bronwyn entdeckt, stutzt er kurz. Dann macht sich ein verzweifelt resignierter Ausdruck auf seinem Gesicht breit, der sich in Entsetzen verwandelt, sobald er auch noch Eddie und mich bemerkt. Ich hab euch nicht gesehen, ruft er rüber und hält sich eine Hand vors Gesicht. Plötzlich bleibt sein Blick an Ersten hängen und er scheint es sich anders zu überlegen, denn auf einmal kommt er doch zu unserem Tisch rüber. One of Us is Lying gibt es nun endlich als Hörbuch. Es ist nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019. Karen M. McManus' Debütroman stürmte 2018 auf Anhieb die Bestsellerlisten. Fünf Schüler müssen nachsitzen. Die Zusammensetzung der Schüler ist so unterschiedlich, wie sie nur sein könnte. Plötzlich bricht ein Schüler, Simon, zusammen und stirbt. Es wommert. Die Polizei ermittelt. In der Hörprobe erfahren wir, dass sich der Mörderclub regelmäßig trifft. Diesmal in einem Café in San Diego. Es gilt Geheimnisse und Intrigen einer typisch amerikanischen Highschool zu lüften. Die Szene im Café gibt die alltäglichen Probleme der Jugendlichen wieder und lädt aber auch zum Schmunzeln ein. Der Hörbuchsprecher, der die Passage liest, hat eine jugendliche Stimme. Ich finde sie sehr angenehm. Daneben gibt es noch drei weitere Sprecher. Davon gibt es allerdings keine Hörschnipsel. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 11 Stunden und 7 Minuten. Eigentlich ist es ein Buch für Jugendliche ab 12 Jahre. Aber ich finde auch Erwachsene können sich das Hörbuch anhören. Mir würde es gefallen. Was sagt ihr zu dieser Hörprobe? Lasst es mich wissen. Schreibt einen Kommentar. Kennt ihr bereits das Buch? Hier rechts findet ihr wie immer die nächste Hörprobe. Wir machen euch schon wieder. Es ist ein Kriegerl. Wittes alt. B schautenbrocken. Wittes alt.